Hallo, Brüder. Ne, ne, das wird schon gut freuen. Du willst jetzt nicht schön gut spielen. Du willst in den klassischen Dachl. Na, du. Wie der Brüder. Ich kann mal gucken. Ich weiß es gar nicht. Ich kann mal gucken. Das war grad voll kurz. Wann soll ich halt jeder verbrauchen jetzt? Nein, nein. Der ist spätblau, naja. Du müsstest vierter geworden sein. Achso, ja, du bist bestimmt vierter geworden. Wenn haben wir denn? Nichts? Der ist Loser. Ja. 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 Du musst halt so einfach gar nichts fragen und ab und zu einen Satz reinwerfen. Ja, so würdest du es machen. 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 Ja. Das war schon geplant auf jeden Fall. Smarter vor der, um die vor der zu ließen. Und, da ist der. Ja, richtig mal, wie du es macht? Ja, genau. Das war es. Ja, das war so ein Problem. Dass du es gemacht hat ist. Das war so ein Problem. Ja, alles ist. Ja, alles ist. Und das war so ein Problem. Ich bin, also ist das, was ich entscheide. Das war so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt hat Skwilten noch den Game Lead geholt. Ich meinst eigentlich, dass er eher so Set-Lead, ne? Hä? Er spielt 2-2? Der Lead im Set, ey, aber kein Lead im Game. Nee, er hat einen Lead, considering die Anzahl der Games hat er einen Lead. Wenn du dir die Anzahl der Games anguckst, dann hat er einen Lead. Ich weiß, was ich meine. Versteh, was du meinst. Aber es ist halt echt gutes Mailer und ich hoffe, eigentlich auf ein Reset. Richtig lügen. Stimmt, du willst noch mehr Mailer sehen, aber ich muss da nach Hause. Ja, eigentlich... Ja, aber ich schon. Also, keine Ahnung. Ja, ich möchte im Reset sehen, wie ähm... Ich werde halt auch schon noch den Reset sehen, so. Wir sehen wie die Skwilten auf dein Reset, den Falken-Switch, damit er endlich eine 50-50-Match auf mir kann, mit dem Falken. Aber... Falkstieg ist einfach... Das ist halt nicht möglich. Das geht gar nicht für Falks. Ja, es geht aber nicht. Ich hätte ganz ehrlich, der wird die Rolle geredet, aber ich nicht lügen. Ich hätte gar nicht richtig, dass es trotzdem irgendwie loszumachen. Okay. War es nicht da? Ich hätte sagen, dass man diesen Ball attacken kann. Ah, er hat den Jump wieder. Oh, er hat schön gedroppt. Das war irgendwie ein Mess-Up und dann hat es doch nur gekriegt. Es war kein Mess-Up. Er sagt, es war kein Mess-Up, es war alles durchgekant. Das glauben wir jetzt einfach mal so. Das war schöne Cover-Retroos, ja. Nunderness kann mit einer wunderschönen Falk, ja, ja. Kann das Ganze gehen. Okay. Laser. Ziemlich lame eigentlich. Ja, schon ziemlich langweilig. Ich muss noch mit einer mehr reingehen. Oh, ja. Da habe ich das. Oh, ja. So sehen wir das. Oh, ja. Digga, wer kann noch einen Laser-Weißer raushalten, weil ich einfach... Das war sein Name. Oh, der war ein Laser. Oh mein Gott, was der Smart ist. Eigentlich ist das schon ein Laser-Biker-Simpfen. Oh. Er wartet. Er wartet. Oh mein Gott. Keine Fischer. Digga, der soll einfach mal... Kann man den schön abfilzen, ja. Oh, nein. Auch Laser zufällig. Oh mein Gott, jetzt eine schöne Nair-Camp. Das ist für mich richtige Pushing-Hatten eigentlich. Oder Dusern, den richtig schön Tech-Up-Kinderung. Schöner Tech-Chase. Nein. Wir kamen noch eine Nair jetzt. Oh, ja. Irgendwie habe ich das. So zu lieben und kennen wir kamen. Richtig schön. Oh, was ein smarter Falsch. Sehr schade Fuß, genau. So ein eigener Falsch. So ein eigener Falsch. Oh. Ich kann es trotzdem zurück, weil es ein Trait war. Schöner No-Smash. Losern kriegt Pushing. Das war's. Das war's. Ja. Losern auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich würde jetzt einfach den Geld-Immo-Gens-Cult auch machen. Einfach an die Kante gehen und Back-Brow-Spam. Ähm. Genau das wäre halt einfach die optimale Taktik zu. Aber Khan wird das nicht zulassen. Oh mein Gott, was ist das? Soll ich mich einfach mal grabben und einfach diesen machen. Phantom-Backer-U-C. Das ist ehrlich, das ist auch schon ein bisschen peinlich für den Hintergrund. Einfach so. Das ist jetzt auf Loserns Seite. So ein Hintergrund macht einfach niemand Auge aus Grab-Final. Das ist eigentlich schon ein bisschen mies-peinlich. Richtig. Weil es einfach so niemanden-Chat irgendwie ist. Ich kriege dir auch keinen, Digga. So 100-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match. Können wir uns mal reden, was wir gesagt haben. Aber das ist der erste Stock. 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 Grand-Final. Das war's vorher. Das war der Up-Smash. 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 Kann gewinnt das. GG sein kann. Und jetzt müssen wir noch ein Friendly spielen. Einen Ehren-Friendly. Die Wettel-Schecken. Der Kackpistolk. Er kann nicht stehen. Einennament-Kack-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match-Match. Nein, da geht aber auch mal. Oh nein. Wenn sie schützen geht. Äh, das ist nicht meine Entscheidung. Man sollte sich mal kurz drauf machen. Aber gar nicht nicht. Wenn sie wegfallen... Ach. Nein, nein! Ja. Aber gay heißt doch lustig. Gay heißt doch lustig. Dankeschön.